Herzlich Glückwunsch an alle Leute hier heute Geburtstag haben und herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und heute wollte ich kein... was wollte ich spielen? Ach hier genau, es ist ein Event, 24 Tage jetzt sind da, das Winter Event und da wollte ich spielen. Also dann viel Spaß! Okay, das 24 Stunden Event geht ungefähr 7 Minuten, ist 6 gegen 6, das ist so wie Battle... wie Clash Squats, steht ja auch hier, nur ist halt 6 gegen 6 und du hast am Anfang glaube ich 10.000 Gold und das wird am Ende mal weniger. Du kannst ja am Anfang richtig gut ausstatten, am Anfang der Runde musst du halt Sachen kaufen, was du brauchst und wenn du stirbst ist aber alles weg. Und ja. Schauen wir mal genau, ich habe es nur einmal gespielt. So, ich muss mich ein bisschen beeilen mit den Kaufen. Ah, einer rausgegangen. Na egal. Hä? Ist schon wieder anders. Nice. Also ist das wahrscheinlich wahr? Ja, ich weiß es nicht. Ist mich ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, ich habe es vorhin einmal gespielt und da hatte ich 9.999 Gold gehabt. Und jetzt hatte ich auf einmal nur noch 400. Ja, 500. Ja, 500. Am besten ist auch immer, wenn man zu zweit steht. Okay. Habe ich das noch gekriegt? Oh, was habe ich jetzt für eine Waffe genommen? Welche Waffe habe ich jetzt? Ich habe die UPS immer noch. Gibt es doch nicht. Mist! Egal. 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 So, ein Scheibenkleist aber auch. Weiter geht's. Ding, ding, ding. Es ist hier zur Nacht. Schön. Ein Schneemann im Weg. Das ist das Lebkuchenhaus, oder? Was? Ja. Was ist das? Okay. Ach Mensch, du bist zu früh gestorben. Dann passe ich nicht durch. Jawohl, down ist er. Okay, das war schon mal. Gut. Let's go. Oh, ich hab... Ach so, ach Mensch, was macht ihr hier, Leute? Ich will kaufen. Wie komm ich denn wieder zum Shop rein? Ah, nein. Super. Jetzt hab ich nichts gekauft. Hab mein ganzes Geld noch. Wer ist dort? Oh. Es lebt nur noch einer. Und der hat auf mich geschossen. Yeah. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt aber. Jetzt erst mal kaufen. Ich brauche dann einmal dreimal davon. Ich brauche zwei Pilze. Da kommen dann immer hier hin. Den gehen sie auch alle mit. Und die Granate auch. Den Rest habe ich alles. Rucksack. Ah. Da. Mein Kopf ist groß. So, jetzt... Mein Kopf ist groß. Oh. Wo sind die? Hmm. Einer fehlt noch. Ist er da oben? Ich hab ihn gefunden. Der ist hier draußen. Nice. Vier Runden gewonnen. Das war die schnellste Runde. Denke ich. Oh. Ich bin Platz Nummer 2. Genau. Schauen wir uns mal. Geben allen hier ein Like. Nice. Nice. Du auch nice. Alle nice. 2000. Von Gegner hat keiner mehr Schaden gemacht als sich. Also war es das mit dieser Runde. Bis gleich in der zweiten Runde. Also es ist jetzt die zweite Runde. Die startet ja jetzt. Ich finde es jetzt ein bisschen chaotisch. 6 gegen 6 sage ich jetzt mal. Wovor ich gerade war es ja 5 gegen 5 gewesen. Ist ja von jedem einer rausgegangen. Macht Spaß. Ist anders wie 4 gegen 4 auf jeden Fall. Das ist ja am Anfang hier richtiges Niedergemitzel. Aber ist gut. Gefällt mir. Elimierung 10. Ich? Warum ich? Ich? Oder ist das eine Quest? Ich muss 10 Leute eliminieren. Loch Driche Sal�. P emplee gehaltenlos schneller zuhören. Was. Ich bin gefällt mir. Woh. livelihoods echt nicht. Man kann so die Grenzen zeigen. Wasphysłoth. Frötreffer war alles kaum. Okay. Ah! Wow! Meine Güte! Was war das gerade? Maus will ein bisschen. Immer die Maus schüttet. Wenn was komisches ist, ist es immer die Maus schütt. Kennt ihr ja, ne? Ich? Nein. Ich war das nicht. Das war die Maus. 13 Elimit. Ah, ich hab 13 gekillt. Das mein die. Da hab ich da vorher in der Runde 10 gekillt? Nein, so viel hab ich nicht gekillt. Oh! Was ist jetzt los? Upsa. Ja, ok. Warte. Oh, ich dachte ich komm da rüber. Ein Scheiterer nicht. Wer war AFK? Wer hat damit gerechnet? Genau. Okay, ich brauche erstmal Pilze. Denn ich hab Hunger. Dann brauche ich... Ich kaufe mir davon einfach mal zwei Stück. Äh... Davon was. Eine Granate. Eine Blue Ball. Das war's. Ah, jetzt wieder normal hüpfen. Hat grad so viel Spaß gemacht. Also jede Runde ist immer ein bisschen anders. Ich kann die Maus wieder nicht bewegen. Mensch, was ist denn hier los? Achso, ist ja einer von mir. Lol. Ich schieße auf meinen eigenen Mann. Ich schieße auf meinen eigenen Mann. Ich glaube, der ist entweder... ... oben und warte, bis die Leute alle hochrennen. Oh nein. Oh nein. Nicht runterfallen. Wenn... Wenn ich's ohne Sicht schließe, bin ich tot. Oh nein. Nicht runterfallen. Wenn ich's ohne Sicht schließe, bin ich tot. Oh nein. Ich schließe auf meinen Weg. Jetzt rennen die nächsten hoch. Leute. so geht's auch schauen wir mal was können wir jetzt machen ich brauche nichts ja ich nehme die pilze ich kauf mir das hier das kauf ich mir da kauf ich mir einmal ein von da ein kommt der koffer noch mal der gegner gesichtet nicht ein kill gerade gelaufen spazieren weiter der 1 hat 0 der war afghaner alex naja schauen wir uns mal die chance quote an von den leuten wir haben gewonnen kriegen alle ein like habt ihr gut gemacht ich bin der zweite reich 1600 vom gegner war keiner besser als ich okay ja dann würde ich mal sagen das war es auch schon für heute ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr nicht so weit seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020